Ja, soweit die Pressekonferenz der FDP mit der Spitzenkandidatin Nicola Bär. Zuvor Christian Lindner, der Parteivorsitzende, ich sag's nochmal, 2% zugelegt. Mit 5,4% gehen die Liberalen nun nach Brüssel, namentlich Nicola Bär. Professor Frank Decker bei uns im Studio. Wir haben ja zuvor vor Frau Bär den Politikwissenschaftler, den studierten Politikwissenschaftler Christian Lindner gehört. Im Hauptberuf Vorsitzender der Fraktion und der Partei der Liberalen. Er macht ein neues Konfliktfeld aus. Und da ist er eben ganz der Politikwissenschaftler, wie ich fände. Und sagt, so wie es früher dieses Konfliktfeld Kapitalarbeit gab, gibt es jetzt das Konfliktfeld rund um den Klimaschutz. Und ich ergänze Klimaschutz, Carbon-Zeitalter. Das ist ja sozusagen das Gegensatzpaar mit seiner feinen Nase für solche Entwicklungen, die er doch zweifelsohne hat mit seiner Analysefähigkeit. Das klang ja vorhin bei Kramp-Karrenbauer auch schon so an. Ist das tatsächlich der neue Widerspruch, der hier gelöst werden muss in der Zukunft? Also zunächst einmal, Klimaschutz ist kein neues Thema. Und Umweltschutz im noch weiteren Sinne ist überhaupt kein neues Thema. Sondern das Thema ist in den 70er Jahren aufgekommen. So sind ja die Grünen überhaupt entstanden. Ich würde auch nicht sagen, dass es eine neue Konfliktlinie ist. Denn sie spielt in diese Konfliktlinie Arbeit, Kapital, Markt versus Staat ja unmittelbar hinein. Es geht ja darum, letztlich die Marktwirtschaft oder andere würden sagen den Kapitalismus zu regulieren. Und zwar im Sinne der Umwelt zu regulieren. Deshalb ist die Forderung für mehr Klimaschutz, für mehr Ehrgeiz auch beim Umweltschutz eigentlich eine linke Position. Weil man dann eben stärker eingreifen muss. Und jetzt sagt die FDP, man kann das ja eigentlich mit der Marktwirtschaft gut verbinden. Das hört sich abstrakt erst mal plausibel an. Aber auch hier wird es ja erst interessant, wenn es konkret wird. Was heißt denn dann dieser marktwirtschaftliche Ansatz zum Beispiel mit Blick auf eine Besteuerung von Emissionen? Und wenn man diese Besteuerung im Prinzip bejaht, wie hoch muss dann eine solche CO2-Steuer beispielsweise sein? Und ich glaube, einer der Gründe, warum die FDP auch in diesem Wettbewerb mit den Grünen, den sie ja führt, ein bisschen hinten runtergefallen ist, dass sie da einfach zu wenig konkret ist und dass sie tatsächlich den Eindruck erweckt, dass es im Grunde ihr mit dem Klimaschutz nicht so ernst ist, dass es ihr darum geht, eben auch die Wirtschaft vor übertriebenen Eingriffen zu schützen. Aber die Wirtschaft selber, jedenfalls große Teile der Wirtschaft, auch überraschenderweise auch der Industrie, sagt, sie ist bereit, beispielsweise für so eine CO2-Steuer. Hat der Lindner das dann nicht im Auge, was in der Wirtschaft passiert? Oder ist das so sozusagen, resultiert das ganz grundsätzlich aus seiner liberalen Position? Ja, also auch da kann man den Liberalen eigentlich vorwerfen, dass sie im Grunde vielleicht die Zeichen der Zeit nicht richtig erkennen. Nehmen wir das große Thema Automobilindustrie, Elektromobilität. Da wissen natürlich die deutschen großen Konzerne, die ja die meisten Autos nicht in Deutschland verkaufen, sondern ins Ausland, zum Beispiel nach China, dass sie sich an die dortigen Standards anpassen müssen. Und dort ist man im Grunde beim Thema Elektromobilität schon sehr viel weiter. Und stattdessen hat man so den Eindruck, dass es hier darum geht, im Grunde dieses deutsche Modell, das Erfolgsmodell, wir haben ja den Verbrennungsmotor perfektioniert, möglichst lange zu schützen. Und das könnte durchaus auch gefährlich sein für die deutsche Automobilindustrie, weil dann die Märkte eigentlich woanders oder diese Produkte dann woanders gebaut werden. Und jetzt ist unglaublich viel in Bewegung, nicht nur was die E-Mobilität angeht, sondern auch was Wasserstoff angeht. Oder was das Antriebe angeht. Ich würde gerne noch mal zum Schluss, Herr Professor Decker, auf die Koalition und das, was das für die nächste Zeit bedeutet, hinauskommen. Unterm Strich nach diesem Ergebnis jetzt. Glauben Sie, dass diese Koalition, wir haben ja gerade die Zeitplanung gehört, bis zu den Parteitagen im nächsten Jahr, da geht es um Grundsatzprogramm und so weiter. Jetzt gibt es erst Klausurtagungen am nächsten Montag bei der SPD, am nächsten Sonntag bei der CDU. Glauben Sie, dass diese Koalition tatsächlich noch mittelfristig weitermachen kann? Also ich glaube es eher nicht. Also wir werden diese Landtagswahlen dann haben im September und im Oktober. Und die werden nach Lage der Dinge für die Regierungsparteien nicht gut ausgehen. Und in der SPD wird es diese Kräfte geben, die dann bei ähnlich schlechten Wahlergebnissen sagen, so jetzt müssen wir eigentlich diese ja im Koalitionsvertrag schon vorgesehene Halbzeitbilanz nutzen, um aus der großen Koalition auszusteigen. Dann könnte es ein neues Spiel geben. Denn durch das Erstarken der Grünen wäre ja eine Regierungsalternative tatsächlich auch in Sicht. Und dann würden möglicherweise aus der Opposition heraus auch für die SPD wieder neue Chancen entstehen. Das könnte ein Szenario sein. Und die Frage des Übergangs in der Kanzlerschaft, das ist ja ein Riesenproblem für die Union, die im Grunde jetzt mit dafür sorgt, wenn dieser Übergang weiter herausgezögert wird, dass Annegret Kramp-Karrenbauer im Grunde verheizt wird oder verbrannt wird. Und insoweit würde auch aus Sicht der Union vieles dafür sprechen, dann diesen Schnitt zu machen nach den Landtagswahlen im Oktober. Ja, wir werden es beobachten. Frank Decker war das, Professor für Politikwissenschaften an der Universität Bonn. Vielen Dank für diese Analysen. Danke, dass Sie bei uns an diesem Montagnachmittag im Studio waren.